gehen wir mal hier rüber dass man das auch besser sehen oder steht mit seinem kumpel der winzen der guckt dazu genau dahin super ich höre den e-mail er kommt ein schöner transfer sprung von emil das machen die jungs bestimmt und wittels hallo freunde was geht ab jetzt machen wir noch mal den fleischen krong hier von hier oben jetzt rüber hier an der seite ich gehe mal los und du musst erzählen was du machst ich kann doch nicht hier drüber springen du wolltest doch drüber fahren oder schnell wenn du willst du fährst noch ich fahre jetzt über das rote ding dann fahr ich so gerade aus dann mache ich eine kurve dann geh ich wieder da hoch und noch mal da ok na dann los jungs wir machen das zweimal na du heute wird auf jeden fall Der Vincent kommt jetzt und dann ist das Video-Cent. Gib Like für dieses Video. Okay. Hi Fabio. Das habe ich schon letztes Mal gesagt. Hi Fabio. Ja, das habe ich auch gehört, dass du den Fabio schon gegrüßt hast. Ja. Vincent. Ja, der kommt gleich. Jetzt kommt es. Jawoll. Super. Ohne Augen.